Ja, hallo und herzlich willkommen zum Slingshot Channel. Heute testen wir Sachen, gefährliche Sachen, die ich alle bei Amazon Deutschland gekauft habe. Und das ist ganz was Besonderes, weil auf Amazon Deutschland darf man eigentlich keine Waffen verkaufen. Sagt zumindest Amazon. Naja. But this is obviously the German version of the video. You can find the link to the English version in the text description. Eine weitere Bedingung für die Gegenstände, die ich in den Test mit einbeziehe, ist, die müssen alle unter 100 Euro kosten. Inklusive Mehrwertsteuer natürlich. Ja, und sie müssen auch alle geeignet sein, um eine frische Kokosnuss zu zerschmettern. Und deswegen habe ich da auch gleich fünf Stück von gekauft. Eine Nuss für jede Waffe. Oder eine Nicht-Waffe. Ja, wir machen den Anfang mit diesen Baseballschläger aus Aluminium. 550 Gramm schwer, ungefähr 90 Zentimeter lang. Ja, der ist, die Dicke, der ist groß, das ist natürlich ein Aluminiumrohr, ist nicht massiv, ist 2 Millimeter. Ich weiß, dass es natürlich stabilere Baseballbads gibt. Also wahrscheinlich sind die aus Holz sogar noch stabiler, aber der hier ist halt saubillig. Der kostet nämlich nur 26 Euro, das finde ich echt nicht viel. Und der sieht außerdem super gefährlich aus, oder? Jetzt mal ehrlich. Okay, let's beginn. Ja, also wie man sieht, so eine Kokosnuss ist ganz schön hart. 2 Millimeter Bandstärke hat wohl nicht gereicht, da ist eine ordentliche Beule drin. Tja, für die Kokosnuss hat es trotzdem gelangt. Und das Ding ist nach wie vor natürlich immer noch einsatzfähig. Sieht sogar jetzt ein bisschen battlehardend aus, denke ich. Und verbogen ist es auch nicht, ist nur diese Delle drin. Also ich finde, für 26 Euro kann man nichts sagen, oder? Wie seht ihr das? Bisschen seifig, aber gar nicht schlecht. Ich glaube, wir waschen das mal. Das kann meine Frau dann heute im Salat verarbeiten. Als nächstes haben wir dann hier den Ochsenkopf von GEDORE. Oder GEDORE, eine deutsche Firma, aber das Ding ist in Österreich hergestellt. Made in Austria steht drauf. Ja, das ist eigentlich ein Werkzeug für Baumfellarbeiten. Das kann man so in so einen Holzstamm, so einen Baumstamm stecken und den dann zu sich ranziehen. Wahrscheinlich auch fürs Flößen, kann ich mir vorstellen. Diese Seite ist nochmal eine Axt, einigermaßen scharf. Obwohl, in der neuen Axt ist das schon so ein bisschen schartig, wenn ihr das sehen könnt. Naja, okay, ist Handarbeit. Gar nicht billig, kostet ungefähr 95 Euro. Sieht aber echt gut aus und als ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist doch eine Zombieschädelhacke, oder nicht? Und genau das werden wir jetzt natürlich testen. Ja, okay. Ja, okay. Das ist wirklich effektiv, das Ding. Habt ihr gesehen? Kurz einen Prozess mit der Kokosnuss gemacht. Also diese Seite war fast noch effektiver als die hier. Aber ich glaube, wenn es einfach nur darum geht, irgendeinem Angreifer oder Übeltäter ein Loch in den Schädel zu verpassen, dann ist das wahrscheinlich echt in Ordnung. Also ich gebe dem Ding jedenfalls meinen Anti-Zombie-Waffen-Approval. Ja, das nächste Ding, was ich hier habe, das ist mir tatsächlich so ein bisschen so ein Rätsel. Ein Fan hat mir den Amazon-Link geschickt. Ich habe den dann blind bestellt, weil er gesagt hat, ich soll das mal mit einbeziehen. Die kostet 45 Euro und das handelt sich hier um einen Edelstahl-Knüppel. Ich meine, guckt euch den mal an. Der ist total schwer, wiegt 800 Gramm, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel der Baseballschläger nur 550 Gramm wiegt. Also das Ding ist heftig. So ein bisschen böse nach vorne geneigt, um dem so mehr Schwung zu geben, glaube ich. Man hat hier an den Enden diese Verdickung. Eine Seite natürlich zum Schlagen und das andere nehme ich an, damit das hier nicht abrutscht. Also das Ding, ich glaube, Edelstahl massiv, schon der Wahnsinn. Die einzige Frage, die ich habe, wieso gibt es ein Gleitmittel zu dem Knüppel? Das lag nämlich in der Verpackung mit drin. Ich glaube, da hat sich jemand vertan. Denn ich meine, Gleitmittel auf so einem Totschläger, das ist doch total idiotisch. Da rutscht man doch nur ab. Also ich glaube, hier hat sich Amazon wohl vertan. Naja, wir testen es. Ups. Almost worked. Ich glaube, am ersten Mal habe ich das gar nicht richtig getroffen. Beim zweiten Mal ist die Kokosnuss dann allerdings vor Freude auseinandergesprungen. Und jetzt bin ich komplett nass. Alles voll mit Kokosnussmilch hier. Das ist schon eine ziemliche Sauerei. Ja, also das Ding ist wirklich effektiv. Ich muss schon sagen, wenn man bedenkt, dass man das einfach so mitnehmen kann, weil es ja eigentlich keine Waffe ist. Und natürlich weiß ich, wofür das ist. Ich halte mich doch nicht für blöd. Ich werde es noch hier auf YouTube nicht sagen, denn sonst wird das Video garantiert sofort gesperrt. Also, Seal of Approval. Als nächstes haben wir die Netfoss Wikinger Axt. Ja, hier ist es schön mit Lederhülle. Das ist eine richtig vernünftige, geschmiedete Axt aus 10,45er Stahl. Richtig scharf. Kann man sich mit rasieren. Das ist wirklich der Wahnsinn. Schöner Buchenholzschaft. Also der kann auch was vertragen. Das Ganze richtig sauber auch verstiftet. Also ich muss sagen, das ist echt eine brauchbare Axt. Und ich bin sicher, dass die auch gut gegen die Kokosnuss funktionieren wird. 777 Gramm schwer, 30 Zentimeter lang ungefähr. Also das kann was. Und wir testen das jetzt. Wow. 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 Ja, das hat super funktioniert, wie erwartet. Also kein Schaden an der Axt, kein Schaden am Stiel. Je ne Menge Schaden bei der Kokosnuss. Das Ding funzt. So, der nächste Kandidat. Das ist tatsächlich das Schwert vom Witcher, vom Geralt aus der Witcher TV-Serie. Und kostet 95 Euro für ein Schwert in der Größe natürlich saubillig. Ja, das Schwert ist natürlich dafür gedacht, dass man es auf dem Rücken trägt. Aber immer wenn ich das versuche, dann kommen da fürchterliche Sachen bei raus. Kannst du mal ausprobieren hier. Oh, mit der Brille auch ein bisschen blöd. Ja, das sieht zwar irgendwie cool aus, aber wenn man dann versucht, das Schwert zu ziehen, dann kommt man doch dann sehr schnell an die Grenze der Armlänge. Also ich finde das eigentlich eine Scheißidee, so ein Schwert in so einer Rückenscheide zu tragen. Obwohl Shad von Shadiversity, ich glaube, der hat mal so eine Hülle designt, wo man es so ausklinken kann. Damit wird das vielleicht gehen. Aber so ist es einfach nur eine Schnapsidee, oder? Naja. Eigentlich ist dieses Schwert hier in meinem Test außer der Reihe, weil es natürlich eine Waffe ist. Ich meine, man kann auf Amazon eigentlich Schwerter verkaufen, so zum Schaukampf. Dann sind die stumpf. Oder eben, wenn sie, was weiß ich, Lab ganz stumpf sind. Oder aus Schaum oder aus Holz oder sowas. Aber dieses Schwert ist scharf geschliffen, das muss ich schon sagen. Und es ist natürlich wirklich, wirklich ein saulanges Schwert. Ich meine, schaut euch das mal an, was das Ding von der Länge hat. Also die Klinge, die ist auch fast einen Meter lang. Das ganze Schwert ist 1,20 Meter. Wiegt 1,2 Kilo, gar nicht schlecht. Leider, leider, leider ist der Stahl nicht so toll. Also ich habe es gerade mal ausprobiert. Man kann das Ding total schnell verbiegen. Naja, und dann kann man es auch wieder gerade biegen. Also klar, aber was will man für 95 Euro erwarten. Ansonsten sieht das gar nicht schlecht aus und liegt auch ganz gut in der Hand. Ist also so eine Art Zweihänder, aber ich würde eher sagen in anderthalb Händer. Man kann es mit zwei Händen führen, aber ich glaube mit einer Hand ist es eigentlich besser zu bewältigen. Mit 1,2 Kilo auch kein Problem. Ja, also ich habe ein paar Versuche gebracht, um die blöde Kokosnuss letztendlich zu treffen. Das ist aber nicht, weil das Schwert jetzt schlecht wäre, sondern weil ich einfach wirklich, wirklich schlechter Schwertkämpfer bin. Ich bin halt mehr so ein Schleuderbogenarmbrustvogel und nicht so sehr so ein Schwertvogel. Aber ich muss es zwischendurch dann gerade biegen, weil es ist doch sehr, sehr, sehr schnell verbiegt. Gerade biegen ist natürlich auch kein Problem. Also das ist definitiv eher ein Schoßstück. Das ist so ein Wallhanger, würden die Amerikaner sagen. Es ist scharf geblieben, also kaputt gegangen ist die Klinge hier nicht von der Kokosnuss. Ich würde das jetzt nicht wirklich als gutes Schwert bezeichnen, aber eins kann ich sagen, wenn man sonst nichts zur Hand hat, dann ist das bestimmt viel besser als gar nichts. Oder würdet ihr das nicht auch so sehen? Ja, was findet ihr denn jetzt ist die beste Nicht-Waffe-Waffe, die man bei Amazon Deutschland kaufen kann für unter 100 Euro. Also lasst mir doch einfach euer Voting als Kommentar unten. Mein persönlicher Favorit ist jedenfalls die Ned Voss-Axt hier, die Wikinger-Axt, weil die ist wirklich für alles Mögliche geeignet. Die ist für Survival super, die ist für Arbeiten mit Feuerholz und so super, um so ein bisschen was zu spalten. Und ich finde, die ist natürlich auch als Heimverteidigungsgerät super geeignet und gilt halt auch nicht als Waffe. Also ich finde die super. Jedenfalls hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, denn für mich ist es jetzt Zeit, mein Pferd zu satteln und zurück in den Sherwood Forest zu reiten. Also, thanks and bye bye. Und guten Rutsch. Scheiße, hvad ist das? Wie ist das, wie ist das? Oh, nein. Apa? Oh. Oh. Oh, oh. Von der 他 hat es gesch życie können. Oh. Oh, oh! Oh. Oh.